Wie viele Abos hast du noch mal? Darf ich mal mit dir reden? Moment mal, du hast doch weniger als 50.000 Abos, oder? Ja. Weniger? Na und? Also, hallo Bitch, sei du ruhig. Und wie viel hast du? Weniger. Weniger. Wenigstens über 1.000? Da will ich nicht reden. Oh, scheiße. Das pusht mich ja voll gar nicht. Ich hab überhaupt keinen Push durch dich. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Okay. Das nächste Mal kriegen wir es dann. Warte so. Teams sind erlaubt. Ja, warte so. Hi, hi, hi. Was spielen wir überhaupt? Survival Games? Hi. Hi, hi, hi. Warte. Hi, hi. Hi, hi, hi. Welcome. Ich kann fliegen. Es ist egal. Fliege ich bei dir? Ja. Farmo macht die Begrüßung kaputt. Ist eigentlich total egal. Der ist eh scheiße. Den kann man sich auch wegdenken. Ich will keine Begrüßung haben. Ja, haben wir auch nicht. Wir haben ja auch keine Begrüßung. Du hast die ja kaputt gemacht. Und ich hab dafür hier was für dich. Hier. Was goldenes. Da. Zieh es an. Zieh es an. Da, 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 da. Oh, du bist so süß. Ich hab ein Schwert und eine Axt. Willst du ein Schwert oder eine Axt? Ich hab ein Schwert. Ein goldenes Schwert. Oh, cool. Ich hab ein goldenes Schwert und eine Axt. Und ich hab ein Boot. Lass uns Boot fahren. Komm mit, Farmo. Wir klatschen. Okay, wohin? Lauf einfach hinterher. Wo sind denn die Noobs? Wie findet man Noobs? Ich hab einen Schwacker. Warte, ich muss erstmal wegschwacken. So. Ah! Oh mein Gott, Farmo! Wir werden in einem Team. Das wird nicht gehen. Es tut mir leid. Habe ich dir Aua Aua gemacht? Ja! Tut mir leid. Warte kurz. Nein! Heute hast du schon immer zu widerschlagen hier. Nö. Du wisst, ihr erschlägt mich auch immer privat. Aber daran habe ich mich gewöhnt. Ja, und zwar virtuell. Privat. Virtuell. Wo bist du hin? Ich bin hier in diesem Haus. Oh mein Gott, ich vermisse dich. Hier, hier, hier. Oh, hier ist ein Steinschwert. 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 Aber ich brauch auch Schuhe. Hier, du kriegst das. Und ich brauch Schuhe. Und du kriegst das. Und ich hab einen besseren Helm. Was ist das denn? Warum kannst du das denn fliegen? Ich glaube, das ist ein Toter. Irgendwie sehe ich... Der tote Menschen, Farmo. Der tote Menschen, das ist es geht. Der macht mir Angst. Das ist es geht. Komm, eine Tür zu machen, da kommt ihr nicht rein. Ich bin Schütz. Wieso habe ich ein Schild? Wieso? Hä? Hier ist ein Schild in der Hand. Hier, guck mal. Wieso? Nee, du hast kein Schild in der Hand. Bist du in der 1.9? In der 1.10. Dann hast du ein Schild. Alter, dieses Bugs hier. Ich will mal Musik lauter machen. Dann höre ich vielleicht auch, wenn ich Leute höre. Ja, hier sind keine Leute. Oh, ich habe einen Brustpanzer für dich, damit du nicht mal nackt rumlaufen musst. Ah, so sweet. Sehe ich nackt so fest, ich brauche, dass du mir Kleidung geben musst. Ja, weißt du, manche Leute, die wollen unbedingt dich ausziehen. Ich möchte dich anziehen. Ja, das kenn ich. So, ich bin jetzt hier draußen. Kommst du auch raus? Kommst du, kommst du, kommst du. Aber ich habe Kekse. Ich habe Kekse. Hier drückt ein. Hinter uns ist einer. Da läuft doch jemand. Was? Hier draußen. Ich habe Angst. Kemp, kämpf ohne mich. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts. Er ist weg. Du hast ihn noch gesehen, nicht ich. Ja, aber ich weiß doch nicht mal. Du hast ihn gesehen. Aber, aber... Warst du wieder ein Geist? Ich weiß nicht. Oh, hier ist Zeugs. Vielleicht habe ich auch gekifft. Wo bist du? Hier. Hier, ich habe kein Zeugs. Oh, hier ist eine Hose. Ich habe endlich eine Hose. Ich bin so porno. Hast du irgendwie einen Stick oder einen Eisen? Ja, ich habe hier, hier ist ein Stick. Hast du einen Eisen? Und hier hast du Beef. Ja. Wir haben endlich Beef. Oh, geil. Wir haben Beef. Warte. Kriege ich jetzt ganz, ganz viele Klicks und Likes? Ja, ja. Wenn du in den Titel schreibst, dass wir Beef haben, dann kriegst du ganz viele Likes. Ich schreibe jetzt in den Titel, wir haben Beef. Ja. Danni und Fahmo haben Beef. Aber dafür bist du wieder nicht Fame genug. Das haben wir doch schon geklärt. Aber ich bin doch Fame-Mo. Ah, Fame-Mo. Das ist so ein dummes Watsch. Ich weiß, das hört sich so oft. Hier ist nichts mehr. Wieso ist hier nichts mehr? Ja, dann waren hier böse Leute. Die haben uns nichts übergelassen. Ey, Baby, lass kuscheln. Warte, zieh mich kurz aus. Oh, geil. Oh, ja. Da! Spanner! Spanner! Ich habe mich verschrieben. Egal. Spanner. Ich habe dabei gespuckt. Die geht. Ist das 1, 2, 3 Gronk? Dein Name, also nur ein bisschen anders. Was? Wie heißt ich? 1, 2, 3 Gnrrr. Ja, weiß ich nicht. Das klingt so ein bisschen nach Gronk. Leute, ich möchte euch jetzt an dieser Stelle ein Geheimnis verraten. Ja, Ponga. Ich bin Kronk's Bart. Dum, dum, dum. Deswegen bist du so hässlich. Aua. Ihm wolltest du noch knuddeln. Ja, aber du bist... Ja, aber du flauschig bist. Ich bin flauschig? Hast du gerade gesagt, ich bin fett oder was? Hast du mich gerade fett genannt, Mann? Ja. Oh Gott, du hast mich ja fast über den Weeding gestoßen da. Ja, ich bin ja fast runtergefallen. Nur fast. Nur fast. Das sind zwei Pfeile, hier. Da, da, da. Das sind Pfeile. Ich hab Angst vor dir. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich pack hier rein, was ich nicht brauche. Vielleicht kannst du... Da ist ein Typ in mir drin. Vielleicht kannst du irgendwas brauchen. Sag mir, sobald du einen Stick hast, ne? Ja, okay. The Stick of Truth. Truth, truth, truth. Ein schönes Spiel. Ein schönes Spiel. Ich mag dich jetzt viel mehr. Als ich liebe South Park. Ich liebe dich. Ich mein, was? 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 Okay, gut. Ich hab eine Angel. Kannst du die ganzen Angel-Moves im PvP-Minecraft? Nein. Mit der Angel äh, ich auch nicht. Wir sind scheiße. Wir kommen hier nicht hoch. Bist du nicht berühmt, Luke, um hier hochzukommen, in die VIP-Launch? Hallo, als ob ich nicht in die VIP-Launch? Und du sagst, ich bin nicht berühmt genug. Du kommst selber da oben nicht hin. Das liegt nicht daran, dass ich nicht berühmt bin. Das liegt daran, dass ich so fett bin und hier nicht durchpasse. Du siehst doch, hier ist alles blockiert. Warte kurz, ich baue es für dich ab. Frei mich. Das geht nicht. Warte kurz, ich... Oh mein Gott, ja. Schlag mich, schlag mich. Ja. Warte, warte, bleib so stehen. Ich komm von hinten. Ja, ja, okay. Ja, ich bin hier oben sicher. Ja, aber hier oben ist nix. Komm, Bugusing, hier kommt keiner hoch. Wir sind zweig. Ich bin die Königin der Welt. Ich würde dich so gerne schlagen, aber nein, ich mach es nicht. So gut, ähm... Boah, ich gehe auf diesem Haus weiter. Oh yeah. Ich weiß nicht. Da ist ein Baum. Funktioniert es für Survival Games. Irgendwie muss man das doch anders spielen, oder nicht? Man muss doch kämpfen und nicht... Ja, okay, äh, kämpf mal. Oh nein! Aua! Hier hast du ne Karotte. Das war ein Missglück, ich mag dich. Ich hab Bacon. Wir haben gewonnen. Was? Hä? Hä? Wieso hab ich ein Achievement Tarzan bekommen? Ja, weil du auf dem Baum bist, du Idiot. Oh. Komm runter. Bist du, bist du meine Jane? Ja, Baby. Oh. Ich Tarzan. Du Jane. Hier ist ne Angel drin, falls du noch eine möchtest. Ja, perfekt. Das krieg ich locker hin. Perfekt, du meckle. Das Eisen. Brauchst du noch Eisen? Was? Oh mein Gott. Warte, ich liebe dich. Ich weiß. Jeder liebt mich. Nicht abbauen. Beschützen. Beschütz mich. Beschütz meinen Arsch. Okay. Ähm. Oh. Buff, buff, buff. Ich glaub, ich hab aus Versehen mein Eisen da reingetan. Denn ich hab plötzlich nur noch eins. Das kriegst du trotzdem hin. Das, 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 das. Ne Kiste im Baum. Oh, da warst du schon dran. Oh, der erschreckt mich da. Oh, dieser komische Geist. Der macht mir Angst. Wieso seh ich den überhaupt? Das ist komisch. Ja. Ach so, das war nur ne Wolke. Okay. Wolken, Geister. Hast du, hast du den, den Teerbild, hast du mitgenommen? Okay. Nein, der ist kaputt gegangen. Wie, der ist kaputt gegangen? Das Beste ist, ich hab Boote. Willst du Boote? Boote? Boote, 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 Boote. Boote. Hier, ich hab auch Bacon. So, komm, wir fahren jetzt weg. Wow, 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 down and down the sea. Oh, ich move. So, komm hier. Komm, wir fahren einfach. Wir fahren einfach weg. Niemand wird uns hier nirgends einholen. Folg mir. Hä? Komm doch, komm doch. Komm. Ah! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wieso sehen wir die überhaupt? Die müssen doch unsichtbar sein. Normalerweise. Der hat mich total erschrocken. Bravo. Boah, die machen mich fertig. Du musst mich beschützen. Deine dämlichen Fans, ganz ehrlich. Boah, das sind nicht meine Fans, Mann. Doch, die porten sich doch in dich rein. Aber, aber ich bin doch genickt. Ich bin doch krank. Sie denken einfach, ich bin krank. Weil da oben steht doch bei mir Daniel P01. Ja, weil wir befreundet sind in einer Party. Ach so. Oh, hier ist ein Trank. Trank der Heilung. Meiner. Äh, dafür hab ich Federn. Wow. Hast du Federn? Nein. Siehst du? Und hier ist sogar noch Seide. Oh, Baby. Wollen wir das werfen? Hier mit Retsflick? Nee, okay. Das sind's just Twings. Au. Oh, ein roter Teppich. Guck mal, wir sind willkommen. Hier sind... 30 Sekunden. Oh Gott, 30 Sekunden. Ist mir egal, hier bin ich willkommen. Hier ist der rote Teppich. Okay. Boah, ey, bin ich fame. Ich bin so fame. Aber hier sind keine Leute, die uns fotografieren. Das ist voll ungewohnt für mich. I need a Kiste. A Kiste. A chest is. What I need? Hier sind Kisten. Hier sind Kisten. Diamanten. Du lügst. So, wir sterben übrigens gleich. Hä, bist du doof? Gleiches Deathmatch und wir besiegen alle. Ja, da sterben wir. Müssen clashen, müssen fighten. Ich bin bei dir. Okay. Mir geht das allein. Wo bist du? 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 Hallo? Hä? Ich kann nicht so scheiß Dings sehen. Wo bist du? Mitte? Ich bin, ich bin. Da. Bring mir den um. Ja, wo bist du denn? Bring mir. Mitte, Mitte, Mitte. Bring mir. Bring mir den um. Ich versuche es. Boah, der angelt mir zu sehr. Au. Der schießt. Das ist böse. Warte, wo ist der? Dani, müssen wir. Oh Gott. Ja, Hasi. Ich bin hinter dir. Wo bist du? Da. Nein, nein, nein. Ja, ich versuche es. Warte. Dani. Ja, ich kann nicht, ich möchte nicht sagen, dass ich nicht gut schießen kann, ne? Aber du kannst nicht gut schießen. Das stimmt. Boah, der hat dann an dem... Ich hab ihn einmal getroffen, war mein letzter Fall. Ja, ja, ich hab ihn gebrochen. Ich hab ihn gebrochen. Du hast mich aufgebracht. Ich hab die ganze Arbeit gemacht und du hast mich aufgebracht. Spau. Mann, hinten umgebracht. Farmo, schlimme Sachen passieren, man muss aber auch verzeihen können. Du hast mich umgebracht, ich bin tot. Und ich kann... Ich bin spauern und ich bin Minecraft abgestürzt. Sie ist positiv. Ich habe drei Cookies dazu gewonnen. Toll. Toll. Glückwunsch. Ich hoffe, die sind vergiftet. Du hast zu viel Mehl drin, oder? Zu wenig Zucker. Vielleicht schmecken die auch nicht. Wie kannst du sowas sagen? Du hast mich umgebracht. Ich muss wirklich den Minecraft neu starten. Es ist alles deine Schuld. Weswegen? Du bist der Kerl. Oh. Das ist sogar irgendwie verständlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut mal bei Farmo vorbei. Der ist ganz in Ordnung. Der ist übrigens der Typ da. Hi. Hi. Ich bin Farmo. Und ja, wir hatten sehr viel Action. Unser Plan war, die ganzen Noobs wegzuklatschen. Ich würde sagen... Wir haben keinen einzigen getroffen. Keinen einzigen. Also ich habe jemanden getötet. Wow, schön. Ich auch. Also wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und bis dann. Ciao. Tschau. 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 Tschau.